Auf Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest Treasures, zum letzten Part, also in den letzten Parts haben wir ja alle Ballons geholt, das heißt, danach müssen wir zum Glück keine Ausschau mehr halten und wie ihr es vielleicht gerade schon gesehen habt, haben wir unser Team nochmal ein bisschen umgeändert, wir haben jetzt Siegfried dabei und Obermods, die haben wir ja gefunden im letzten oder vorletzten Part, ja, das ist nochmal ein bisschen Abwechslung, die sind jetzt halt nicht ganz so gut gelevelt, aber naja, und wir wollen jetzt in diesem Part ein paar Schatzkarten abklappern, Und ja, wir wollen gleich mal gucken, wie wir unsere Leute sind. Ich habe etwas gefunden, die Zahl ergibt sogar Sinn. Was denn? Alles gemeinsam, die sieben, äh, wie heißt es, sieben Drachensteine oder so, die Schätze und die Förlefanse insgesamt 777. Das heißt, es gibt 509 Schätze, 261 Förlefanse und sieben Drachensteine. Was genau ist mit den 777, warum macht die Zahl Sinn? Na, ist das nicht so eine Glückszahl, die ist auch bei so Jackpot-Automaten immer da, wenn man ein Jackpot hat. Ja, das stimmt. Oha. Oh, weil Siegfried ist tot. Ja. Warum haben wir die, da ist getascht? Ich glaube, Obermord, ach so, wir haben den nicht mal Dinger gegeben, ne? Nur mal kurz machen. Also ich finde, das ist besser, als wenn ein Alleins Schätze 800 gibt, aber, ja, ist doch die Frage, wie viel wir davon haben jetzt schon. Wir haben doch schon über 150, oder? Ja, aber, das sind Fehler, noch ein paar viele. Ja, wir gucken mal, am Ende, wenn wir über 300 haben, machen wir's. Wow. Du kannst ja jetzt mal kurz gucken. Ich will jetzt gar nicht mehr gucken, wenn du das schon so sagst. Ja, bestimmt schon über 150. 219. Was ist so? Krass. Also wir haben schon fast ein Drittel. Ja, fast ein Drittel. Also Obermord hat gar nicht viel Leben, seh ich grad. Aber anscheinend hat er ne massive Verteidigung. Ja, das ist das bestämt. Oder er kriegt echt nur gegen Tricks, äh, gegen Tricks, gegen Kritschaden, man weiß es nicht. Ja, der ist halt wie so ein, äh, wie heißt das, äh, äh, Ninja-Turm. Bin gespannt, ob es jetzt einen anderen Boss gibt, mal wieder. Ich hoffe. Nee, ich denke, hier wird's keinen geben bei den Schatzkarten. Ah, hier auch übrigens, ähm, Rang 20 ist das Maximum. Habe ich schon erwartet. Au-wa. Und wie's aussieht, ist in diesen, in diesen, wie heißt das, Untergrund, Gewörting, B5, das niedrigste. Was auch immer wir haben. Hier, glaub ich, 40 war das doch beim letzten Mal, oder? Ich glaub, es war schon 50. Aufwärts? Aufwärts ist ja unten noch, aber nur noch ein Schatz oder irgendwas versteckt. Also ich muss ja jetzt auch keine Ebene richtig mehr sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich frag mich trotzdem, wie gesagt, was mir diesen Spiegel ist. Kannst du ja auch googeln. Siegfried fliegt nicht gegen die Wand. Oh, man bekommt was, wenn man 50 ikonische Schatz hat. Was denn, noch ein ikonischer Schatz? A New Gang Quest, titled Long Buster Hunt. Oh, hier. Wachen sie denn diesmal? Ist halt immer. Aber der Typ hier ist nicht da, der Händler. Und da kannst du, da kriegst du irgendwen, irgendwen kannst du rekrutieren, dann. Eins der stärksten Monster, aha. Oh nein, ein Golem. Wir haben Ultieren. Mach mal die Stahlschleim Ultis. Das kennen wir ja schon. Warum Eis auch Schleim Sturm heißt? Ich weiß es nicht. Wow. So können wir das auch schon. Klingsturm. Windwirbel. So, mein Kaffee ist leer und ich bin traurig. Was du es weißt. Was ist das denn jetzt? Warum hast du die nicht mehr gemacht? Wie viele Kaffeetassen soll ich mir denn machen? Nee, eine Kanne. Ja, nee. Ist ja Latte. Dann geht das nicht. Dann hast du eine Kaffee-Latte-Kanne. Oh, cool. Da hat es jetzt schon mal fast leer. Doch, der hat einen Schatz. Den will er noch nicht haben. Silber. Siegfried hat sich auf jeden Fall gefreut. Ist das es? Ist das es? Und gut, mal gucken, ob es in Kragenwald noch eins gibt. Oder auf Verweidung gehen müssen. Ja, es ist ein Eisenvieh oder irgendwie. Ich glaube es ist ein Kristallvieh gewesen. Oh, ja gut. Ja gut, ja gut. Wir gucken. Ich will wieder wir angreifen, aber es ist uns auch egal. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade alles mit aufgenommen habe. Ich glaube nicht. Aber hier. Du 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 du. Die Kiste. Prost, Rage, Wage, was für immer, Ragu. Das ist ja mal wieder ein Rezept. Ich raste ja aus. Mal gucken, wie es läuft. Angriff. Alles klar. Komm jetzt mal. Ich würde gerne so ein Ding hier nur mit Metallleuten drin. Zum Level kommen. Du kannst ja die Zähne ausbeißen. Oh wow. Obermotz und Siegfreak müssen mal ganz viele Levels machen. Wir müssen deswegen ja. Mach doch mal Levels. Mach doch mal Levels. Das wird dir besser fühlen. Ich meine, es wird passieren. Lass dir da Vorteile an. Wie heißt er? Hm. Obermotz. Der Bonn eine kleine Heilkugel ist trotzdem instant voll. Hat halt nicht viel. Zum Heil. Oha. Gold. Ja, das ist das Katzengold. Kannst du an Ulti einsetzen. Hallo, gehen sie weg. Ich glaub, da ist nicht. Der ist resistent. Oh. Was war das? Für eine Kugel. Lumpskugel. Schwerkraftschaden. Der Schwerkraft, genau. Die Schwerkraft. Nein, Siegfried. Die Schwerkraft. Wie ich es hasse, dass ihr nicht einfach stehen bleibt. Das ist ein Vogel, der kann nicht stehen bleiben. So, so, weiter geht's. Genau wie ich. Kann auch nicht stehen bleiben. Ich glaub auch damals, dass du ein Vogel bist. Ja, das liegt ja im Namen. Ach. Halt doch den Mund. Weißt du noch damals, Schepperle? Der treuester Gefährte. Ja. Gut, dass er weg ist. Halt doch den Mund. Oh nein. Das geht's ab mit Levels. Wir wollen die mir zum Level 2 auf jeden Fall in Steam, was dann abgeht. Da 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 da, da 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 da. Ja. Wie beim Pokémon. Killer Machine. Das war der allererste Boss, äh. herrn kommen wir haben zwei posten zeit ist es hat auch die frage ob die moves von unseren freunden einen typen haben der effektiv oder nicht effektiv ist auf die gegner es liegt auf dem boden weil das gravitation es weiß ich mir kurz überlegt habe weil ich hier gerade meine plüschi sehe wenn wir irgendwann mit festkämmen machen sollten ja dann müssen wir an unserem mikro auch so was dran machen und bei mir sind wir für manchmal glocken dran also keine glöckchen das war wo ich von der schwester von marvin besser was zu ost als das erste mal hat was zu ozern bekommen hatte das war so ein lindhase mit oder so ein kleines stoff bändchen mit zu glauben dran war und dann habe ich mir das mikrofon gehangen warum auch immer ist noch weihnacht oder was jedenfalls ja wir gehen jetzt nicht zum nächsten wir gucken uns noch kurz um in diese hülle oder was das ist komisch gebiet er ist nichts was soll denn hier sein ich dachte das war eine ne du hast doch gesagt war aber da noch mal jetzt um uns und ich meinte ich eigentlich nicht hier ich meine zu dem lager von meinem team so weil der dann gesagt hat sprich mit priscilla ja ja komm wir können ja kurz ansprechen gucken was passiert also sehen wir uns das mal wieder gucken wie ich da hinkomme ja wir sehen uns gleich so wie mir gerade so ein rund graben stein teil gesehen was sie draufsteht naja einstel monumente matra nahm ihre eigene seele und gewährte allen geschöpften drakonien sowie all jenen die das herz eines drachen besitzen die gabe wie lang ist der satz die präsenz von schätzen zu spüren darum können draconien jetzt bewohner der haben halt eines schatzes wir haben halt eines schatzes wahrnehmen wenn sie in der nähe sind interesting luftstrom hier reingeflogen das ist auch schon wieder eine quest wo stand die denn ja nirgendwo müssen nicht alle angezeigt werden vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr man weiß es nicht ich bin so aber naja ist die kiste und krims krams fall heilungskugel das ist ein krims krams ich bin gewundert warum du nichts sagst ganz kurz gedacht dass ich doch das richtige wort gesagt habe aber so hier schon mal das lager und brisela ist hier genau unter uns hallo wieder ich wollte ja nicht lauschen aber ich habe es mitbekommen wie du mit den kapitän geredet hat ihr scheint sucht ihr die karte des versteckstes uralten richtig das hatte ich mir schon gedacht ja da kann ich helfen ich weiß dass wir eigentlich immer ein sind aber egal ich hoffe und versuche nicht kapitän die wand darum zu stimmen ist ein absoluter schulkopf aber selbst er muss die befehle seiner vorgesetzten ausführen seiner seite würde ich also direkt zur prinzessin eine mode gehen und immerhin nachkommen wo ist sie jetzt auch hier sie müsste eigentlich gerade auf den krachen schädel sein und die ruine im alten brocken zu untersuchen ja da waren wir ja schon und zweiten brocken so gelangt begibst du dich erst zur unteren seite es liefst du auf die branche und gehst dann durch das ist man ja denken die prozessin wird euch sicherlich gerne helfen als ob wir jetzt sachen schon gemacht haben die eigentlich erst später kommen da müssen wir jetzt zu ihr gehen und dann will so haben wir werden das jetzt aber nicht machen wir gehen jetzt wie gesagt ja noch einmal kurz ich glaube tragen breiten haben wir können jetzt einmal zurückgehen haben wir schon mal den kram hier abgeben ja von mir ist das wollen wir in flügel nehmen oder nicht ja klar wir haben nicht mal so viel deswegen mit der sagt man immer was übrig jetzt haben halt echt nicht mehr viele kriegen doch genug naja da wird die daily schon lange nicht mehr machen was ist denn heute dran doch ich kann alles wird wir nicht schaffen ja ist die frage wenn man guckt da kann man direkt sagen so nicht oder mach mal zu nehmen bei guck nur zwei die man schon haben eine wurzel mutterkraut wurzel der unterirdische teil einer pflanze die krankheiten aller arten zwar allen vermarkt ein traubisch um diese super an höheres dieser superbe robin ist eine von fehlhoch geschätztes kostet goldner gebetskranz eine kette aus puren gold die bei ganz besonders frommen betenden beliebt ist hallo pavo die statue eines hochrangigen engels der die fähigkeit besaß die innere und äußere welt miteinander zu verbinden die statue eines kessels der den charakter eines treuergebenden bad was besaß eichenholz knüppel eine sperrige schlagwaffe die aus einem stück eingestammt geschnitzt wurde sehr schön deine gedankung warum jetzt mal diese ganzen dinge ab annehmen und also da ja genau das erst machen wenn wir hier das noch abgeschlossen haben kriegen wir denn was krasses wenn man das macht keine ahnung versteht bei dem letzten warte mal was sagt er beim letzten freundschaftskämpfe und das freischalten ja dann gibt die andere sache habe es okay da kriege ich mal 15 gemähen flügel ich glaube wir bekommen erst was aber du komm die ganzen bannern ach das wird gleich nochmal als schatz dargestellt eine variante des bahn gesellschafts banners der transdrakonischen eisenbahn das entnehmen der bahn gesellschaft und stil der fliegende freibeute auf schwarzen grub mit sparen ist darauf zu sehen ja okay der erste satz wird da wahrscheinlich über stehen oh nein das deckt jetzt müssen wir das zehnmal machen muss aber ist erfüllen wird zehn und das haben wir auch schon können jetzt nicht erledigt machen das geht doch nicht ja es ist eine neue quest daraus geworden darauf ist ihr emblem gold auf blauem grund mit sparen zu sehen ein teilzahlen sagt bitte es gibt nur zwei aber dann kann okay dann dauert das doch noch ein bisschen länger dann passt es mit allen schätzen noch mal besser in der variante der haben leben der bahn gesellschaft und stil der wilden wüterich auf orangen zickzack grund ist darauf zu sehen muss eigentlich nur im stil ab im stil lesen zum teil zwei haben wir nicht dafür uns noch zwei ach das war dasselbe noch mal gesagt ich ja wegen gut ich dachte das deckt sich insofern dass das nächste dann du bist jetzt 20 von den anderen haben und 30 von dem oder so der typischen phantom auf weißblau karrieren grund nämlich wieder gibt es denn davon uha pink ziel der kessen clowns auf pink getupften grund einig böse seien hat mir ein pokémon feuerrot muss ich sagen manche wörter von mir böse porsche auf grünen schleimen was der grund hin als ob man die auch nicht haben und gut dann können wir jetzt noch eine neue flagge aussuchen ja ich bin für grün nicht hier als schwarzer sowas auch wirklich fern sie aber gut und wenn sie größer auf hensi können das ja mal austauschen aber ich werde jetzt erstmal grün gut gut dann das machst du nicht ich gucke nur allgemein ob es vielleicht doch noch mal ja jetzt ist der hier auch noch so eine ganze zeit wir kriegen von jeder wahrscheinlich eine neue quest und dann gibt es dann weil das alles kämpfe bei denen wie lang sie dann 19 wo wir sehen weil es ja sind wir machen wir hier noch was wir werden setzen machen dann weiter mit ihr nehmen wir machen jetzt hier weiter dann gehen wir jetzt in ihr willst du schwingen oder gibt es zwei oder willst du nur eins ist das nicht wo wir hin müssen ja ja dann machen wir das da ist ob wir jetzt von dem aus oben oder unten hin müssen und ja keine ahnung dies ja unten aber und das ist sehr stark nach oben aus ja so ich habe an das ist das moment hier ist das und das hatten wir sogar außerdem aufgedeckt also ich bin ziemlich sicher dass der ist ja 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 ich erinnere mich gut gut ja dann gehen wir zu hin und wir sehen uns an der stelle wieder dauert ein stückchen ok wir sind da und wir haben festgestellt ja und wir haben festgestellt dass unser ich habe seinen namen vergessen auch ist das land schleim jetzt sagt nur deutlich tiefer aber ja wie das sieht wenn man ja mal findet die portalen lassen sie wieder weg man muss ja wiederfinden aber gut so sonst würde man ja gar nicht wissen wo waren das jetzt ja aber wie es aussieht haben die immer das level ungefähr was wir haben ja was unser charakter hat ja ja genau siegfried und obermots müssen halt echt noch ein bisschen bisschen mit leveln ja passt schon na gut dann gehen wir danach mal kurz runter zu prinzessin anemone und dann reicht es auch ja ja wir schauen mal was er will und nein das sind auch so stark ja da sind die schleime nicht hilfe aber mit stellen müssen gut da könnte man level abkriegen herrs jahr hat auch die hat ja auch so was 93.000 also ich froh ja wir wollen krit sonst wird das nix alles wie sie muss jetzt lieber mit heil gegner kommen siegfried ist tot mir noch nicht ganz dann haben wir ein paar kugeln raus wenn du den nicht sterben lassen das ist gar nicht voll heilung betrug ist es ja auch nicht die habe ja nicht benutzt ich dachte das wäre so ein werbeversprechen was einfach nicht zutrifft und siegfried direkt tot wieder ich glaube du solltest ihn lieber beleben weil sonst kriegt er keine erfahrungspunkte lass mich lass mich lass mich lassen mich ach das war lustig weg das ist eine wiederbelebungskugel so was hast du nicht oder ja dann kriegt er keine erfahrung au 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 reicht auch es verpiss dich doch wie die dich auch mal weiter verfolgt ihr jetzt voll auf die abgesehen merkt das schon jetzt 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 kommt er nicht noch ein neiner rex viel auch man aber siegfried was macht denn der schleim da warum macht der kopf wackel es hätte besser laufen auf jeden fall aber jetzt haben wir wieder normale gegner geht das kann doch jetzt nicht schon wieder nur gole sein oder so ein roboter doch da kommt nichts krasses mehr höchstens ganz unten von überhaupt es ist das denn ich will wieder so krassen boss haben bis jetzt hat man nur zwei und halt die von dem kapitän silva brian das ist jetzt einfach nur schleim war hier auf der ebene ist es der deren ernst ja wichtige präsenz ein königsschleim ja ok der ist auch anders aber weiß nicht ein kopf wie ist das eigentlich lebt der hut auch oder ich weiß nicht genau ich verstehe diese schaden nicht mit den normalen angriffen machen die gefühlt mehr schaden als das machst du mal hier kurz überlegt ob ich nachgucken will in dem dings da ok ok wer war was was woher kam der ganze schaden gerade von irgendeinem von unseren leuten wahrscheinlich machte man abgang kommst du mir hören verfolgt der eine schlacht der eine schlacht kommt gar nicht und tot das gesicht fünf minuten sieben das ist immer noch silber und wir bekommen haben auch das ist ja der hammer ja jetzt erst mal zu eine manne oder ist die prinzess oh hallo nochmal wieder oder na wie läuft ich jetzt suche ich bin gerade dabei diese ruhe zu untersuchen kommen auch nicht weiter mal wieder also willst du was ich verstehe du untersuchst also die karte des verstecktes also versucht das nicht hinzubekommen und du hoffst dass sich kapitän levanter dazu bringen kann die ziel zu geben nun deine entschlossenheit ist bewundernswert aber ich führe selbst eine schatzjäger expedition an ich kann nicht einfach so karten herausgeben und deswegen dürfen wir es kämpfen ist der zufall so will stelle ich gerade nachforschung zum sogenannten schatz aller schätze noch nie davon gehört wirklich den kennst du nicht nun er ist ziemlich mysteriös erscheint wenn erscheint wenn die sieben sterne gesammelt worden so erzählt was sich zumindest wie auch immer meine untersuchung laufen nicht besonders gut und ich hatte gehofft dass du mir helfen kannst wenn du mir hilfst mehr über den schatz aller schätze zu erfahren rede ich mit kapitän levant über die karte klingt doch ja meinst du nicht du willst aber bestimmt mehr darüber eine frage bringen oder ich hab gern dass du so was sagen würdest also bevor wir loslegen ich habe noch ein kleines problem mit diesem monument bei dem du mir helfen könntest es von ruin ist von ruhen gemein gemeißelt aber da auf die was aber da ein wichtiger teil fehlt komme ich nicht darauf was sie bedeuten ich bin der sache nachgegangen habe die mit der schrecken festgestellt dass ein mysteriöser missetäter es beschädigt hat monströs nun das einzige monster in dieser gegend das zu sollten erstand aber ist eine schöne richten rüstung entscheidend hat er das monument eingeschlagen auf das eingeschlagen war es damit teilweise verschwunden das ist nicht die schon mal der rüstung aufzuspüren ja nach haben zu verpassen das teil des monument zurückzubringen schon mal der rüstung sehe nicht gerade alltägliche monster wir schon ist wie schon ihr illustren aber verrät aber halte ausschau nach violetten rüstung dann wirst du bestimmt feld fündig der stern fried hat sich bestimmt versteckte solltest diese treppe hinunter gehen und einen blick in die höhlen der umgebung werfen ich glaube hier und versuche den rest der nachricht sind sie von hals und beinbruch africke leg heißt es okay das machen wir aber am nächsten part wir werden jetzt noch mal verschwinden der bahnhof ist in der nähe und zeigen was die schätze ich ja sich nicht einfach darunter gehen soll ich soll hier die treppe runter irgendwo ja aber ich glaube nicht dass du den direkt sie ist ja ich würde schon gucken ich würde das nicht machen ja von mir ist kommen wir gucken ja jetzt meinst du noch jetzt einfach hier beendet sonst so von mir ist dann wenn man es halt so gut aber ich hatte diese folge fallen beim nächsten folge geht es endlich mal wieder weiter mit story sollte auf jeden fall nicht verpassen leichter lassen bis zum nächsten mal tschüss tschüss